In Berlin begrüße ich Lukas Wallraff von der taz, hallo. Schönen guten Tag. Können Sie sich nach dem Rechtsruck der CDU, der auf dem Parteitag in Essen ja offenbar beschlossen wurde, noch eine schwarz-grüne Koalition im Bund vorstellen? Ja, durchaus. Also man muss sich ja doch nochmal daran erinnern, dass die Grünen auch keine Probleme hatten in Hessen, also in einem sehr konservativen Landesverband der CDU mit der CDU zu koalieren, auch im konservativen Baden-Württemberg mit der CDU zu koalieren. Ich kann mir das also durchaus auch im Bund vorstellen. Natürlich gibt es jetzt schon die Schwierigkeit, dass man in der Migrationspolitik sich, sagen wir mal, größere Unterschiede deutlich macht. Aber ich glaube, wenn es darauf ankommt und wenn das wirklich die einzige Machtoption wäre, dann gäbe es da natürlich Möglichkeit auch zu kompromissen. Trotzdem sind das ja Kernbereiche der Grünen. Wenn man jetzt an die Integrationspolitik denkt, aber auch was die Steuern angeht, haben die Grünen ja eine ganz andere Position. Also so ganz einfach wird ja auch so eine Regierung gar nicht sein können, wenn sie überhaupt zustande käme. Ja, also ganz einfach natürlich sicher nicht. Da haben Sie völlig recht. Das wäre nur der Fall, wenn es wirklich die einzige Möglichkeit für beide Parteien wäre, an der Macht zu bleiben, beziehungsweise an die Macht zu kommen für die Grünen. Wenn es andere Möglichkeiten gäbe für die Grünen, also zum Beispiel Rot-Rot-Grün, dann würden das die Grünen wahrscheinlich immer noch vorziehen. Aber wenn es die einzige Chance wäre, an die Regierung zu kommen, glaube ich schon, dass es da Kompromissmöglichkeiten gibt. Jedenfalls, solange Angela Merkel CDU-Chefin ist. Wo es wirklich schwierig würde, wäre, wenn die CDU Merkel ablösen würde und ein wirklich rechterer Kanzler dann auch regieren würde, dann würde ich da auch keine großen Chancen mehr sehen. Aber mit einer Merkel-CDU, glaube ich, könnten sich die Grünen jederzeit einigen. Ja, aber wie bewerten Sie das überhaupt, dass die CDU ja offenbar deutlich konservativere Beschlüsse gefasst hat als ihre Parteivorsitzende? Wie viel Sprengstoff steckt dahinter? Also es ist ja eigentlich wirklich gegen Merkel wurde nur der eine Beschluss, jetzt mit der doppelten Staatsbürgerschaft getroffen. Das war wirklich, wo sie eindeutig gesagt hat, dass sie das nicht wollte. Die anderen Beschlüsse, also zu härteren Abschiebungsregelungen und so weiter, das ist ja mit Einverständnis von Merkel beschlossen worden. Das muss man schon auch sehen. Und ich glaube, es ist ein bisschen, es wird im Rückblick auch ein bisschen zu sanft gezeichnet, das Bild von Merkel im letzten Jahr. Denn selbst auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise und wo sie ja als Mutter Theresa dargestellt wurde teilweise, selbst damals war Merkel natürlich auch immer noch für Abschiebungen. Sie hat damals auch gesagt, Menschen vom Balkan müssen wieder zurück. Es ist ja nicht so, dass Merkel letztes Jahr für komplett offene Grenzen für immer plädiert hätte. Also insofern, da wird auch ein bisschen ein zu großer Unterschied zum vergangenen Jahr gezeichnet. Also Merkel war nie für komplett offene Grenzen. Wir sprechen ja auch immer von Rechtsruck jetzt der CDU nach dem Parteitag von Essen. Ich will das mal hinterfragen, war das überhaupt ein Rechtsruck oder ist das eigentlich nur eine Rückkehr zu alten, konservativen Positionen der CDU? Ja, es ist beides. Es ist natürlich schon ein Rechtsruck im Vergleich zu den Positionen letztes Jahr. Also es wird jetzt schon deutlicher darauf Wert gelegt, die Begrenzung wieder in den Vordergrund zu stellen. Aber es ist eben, wie ich gerade schon sagte, eben nicht so schwarz-weiß. Es war ja, wie gesagt, auch letztes Jahr keine offenen, komplett offenen Grenzen. Und auch jetzt gibt es ja keine komplette Abschottung. Also man soll das jetzt auch nicht übertreiben. Die CDU hat ja auch jetzt nicht beschlossen, die deutsche Grenze dicht zu machen oder so etwas oder das Asylrecht abzuschaffen. Man hat nur gesagt, Abschiebungen sollen wieder konsequenter durchgeführt werden. Das ist aber eigentlich jetzt keine ganz neue Position. Und das würde wahrscheinlich auch die SPD auf Nachfrage sagen, dass Abschiebungen, wenn sie denn rechtskräftig beschlossen sind, dass sie auch durchgeführt werden sollen. Das ist eigentlich eine relativ normale Regierungsposition. Schauen wir nach Berlin. Also Berlin hat ja nun seit gestern eine neue Landesregierung, nämlich die erste rot-rot-grüne Regierung unter SPD-Führung. Was sagen Sie dazu? Ja, also das ist schon interessant, was sich in Berlin tut. Denn es ist ja auch ein kleiner Testlauf für eine mögliche rot-rot-grüne Koalition im Bund 2017. Momentan wird uns die Umfrage noch nicht hergeben, aber es ist ja immerhin eine Möglichkeit. Und die neue rot-rot-grüne Koalition in Berlin verspricht zumindest interessant zu werden. Sie haben da, die Grünen vor allem, aber auch die Linken, haben da interessante Senatoren jetzt aufgestellt. Zum Beispiel die Grünen für das Energieressort, eine profilierte Expertin. Die Linkspartei jetzt zum Beispiel bei dem Thema Wohnen, einen Gentrifizierungskritiker, also einen wirklich linken exponierten, radikalen Gegner der bisherigen Wohnungspolitik. Also da scheint sich schon etwas zu tun. Und man kann gespannt sein, ob das dann auch bundesweit Ausstrahlung hat. Was meinen Sie, würden die wohl gut zusammenarbeiten, wenn man sich den Koalitionsvertrag mal anguckt oder alleine auch schon der Umfang? Dann hat man den Eindruck, da wird bis ins kleinste Detail alles Mögliche festgelegt. Das spricht nicht gerade für viel Vertrauen untereinander. Ja, ich meine, es sind drei Parteien. Das ist ja auch noch komplizierter als jetzt bei zwei Parteien, die sich schon gut kennen. In dieser Konstellation haben sie noch nie zusammengearbeitet. Das ist kompliziert. Die sind auch relativ gleich stark. Also die SPD in Berlin ist ja auch nicht besonders stark geworden. Da gibt es natürlich automatisch Konkurrenzkämpfe. Und das ist wahrscheinlich schon ganz gut, wenn man da so viel wie möglich vorher klärt, damit man nicht alle zwei Wochen wieder neu diskutieren muss. Bund und Länder haben sich in der Nacht auf eine weitreichende Grundgesetzänderung geeinigt. Wie bewerten Sie das? Ja, das war natürlich jetzt schon dringend notwendig, weil es sonst sehr peinlich geworden wäre. Man muss sich ja vorstellen, die große Koalition schafft es nicht einmal, da eine Einigung zu schaffen. Wann denn dann? Also wenn CDU, SPD, die auch im Bundesrat natürlich die dominierenden Parteien sind, wenn man da keine Einigung schafft, das würde auch zum Beispiel Merkels Image noch mehr schaden. Also Sie haben ja gerade schon angesprochen, auf dem CDU-Parteitag hatte es die Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Wenn sie jetzt auch das wieder nicht geschafft hätte, wäre es auch für Merkel sehr peinlich geworden. Deswegen gab es da jetzt wohl auch Zugeständnisse des Bundes an die Länder, dass man zum Beispiel Geld für die Schulen gibt und trotzdem keine Kompetenzen verlangt im Schulbereich. Da gab es wohl Zugeständnisse vom Bund. Aber wie die Einigung genau ausfällt, da muss man noch genau hinschauen. Ich soll ja heute Mittag erst in den Details präsentiert werden. Lukas Wallraff von der Taz, einen schönen Tag Ihnen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.